Kennst du es, keine Energie zu haben und irgendwie fühlst du dich träge und versuchst über verschiedene Push-Up-Mittel wie Kaffee oder Red Bull oder vielleicht auch andere Dinge, dich irgendwie aufzuraffen, aber am Ende des Tages merkst du einfach, dass dein Energielevel niedrig ist? In diesem Video möchte ich mit dir 5 bis 6 Punkte durchgehen, woran das liegen kann und unter diesen 5 bis 6 Punkten unterteilen wir nochmal in weitere Punkte und ich zeige euch mein 5 beziehungsweise 6 Säulen Modell und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Okay, lass uns mal direkt hier rein switchen in Paint, die allererste Säule und zwar die Gesundheitssäule und in der Gesundheitssäule haben wir schon einige Möglichkeiten, die uns Energie fressen oder Energie geben können. Und ich möchte jetzt ein Beispiel geben, entweder wenn du zu wenig Energie hast oder wenn du zu viel Energie hast. So, darauf gebe ich jetzt gleich ein, sagst du, hä, warte mal wie, zu viel Energie, das geht ja gar nicht. Also zu wenig Energie ist klar, das heißt, wenn du nicht isst, wenn du unterzuckerst, dann fährt natürlich dein Körper runter, du bist müde, du bist träge, weil dein Körper will dich natürlich schützen und merkt, oh, da geht die Energieversorgung runter, also schalten wir auch gewisse Systeme ab. Der andere Punkt ist, wenn du deinem Körper zu viel Energie zuführst, sprich du isst zu viel, wirst du auch träge, weil dein Körper wieder sehr viel Energie aufwenden muss, um die zugenommene Menge an Essen überhaupt erst zu verarbeiten. Deswegen ist es im Bereich Gesundheit, wenn wir über Ernährung sprechen, das ist der Part der Ernährung, sehr wichtig, ich kann mal kurz hier zurückschalten, sehr, sehr wichtig, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig isst. Das ist bei jedem unterschiedlich. Eine Frau, die 1, weiß ich nicht, 60 groß ist, hat einen ganz anderen, muss eine ganz andere Menge zu sich nehmen, wie jemand, der ein Mann, der 1,80, 1,90 groß ist. Deswegen musst du hier ganz individuell schauen, wann und wo wirst du träge, wann und wo wirst du müde, wenn du zu viel oder zu wenig isst, also bei welchen Mengen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin jetzt 1,82, ein Mann, ich esse zweimal am Tag, ein bis zweimal am Tag, es gibt auch Tage, da esse ich nur einmal und ja, esse dann meistens eine kleine Mahlzeit in Form zum Beispiel eines Shakees, Protein Shake mit ein paar Früchten und so weiter und dann eine sehr große Mahlzeit. Und wenn ich einmal am Tag esse, ist diese Mahlzeit noch größer. Und es funktioniert für mich ganz gut, mit Sicherheit gibt es auch noch Optimierungsmöglichkeiten, aber es funktioniert für mich schon mal sehr gut und du darfst herausfinden, was ist für dich die bestmögliche Variante. Wenn wir zum Beispiel zum Thema Sport sprechen, ist es so, dass Sport bzw. Bewegung bringt dir Energie, es gibt dir Energie, weil der Motor aktiviert wird. Ja, das System wird hochgefahren, wenn du Sport machst. Wenn du jetzt zu viel Sport machst, das heißt so ein Training, wo du komplett, also zum Beispiel einen Marathon läufst, dann gibt es dir keine Energie, sondern du bist erstmal einige Wochen in der Regenerationsphase. Das heißt auch hier, es ist ähnlich wie mit der Ernährung, Bewegung zum Beispiel rauszugehen und eine halbe Stunde spazieren gehen an der frischen Luft, gibt dir Energie, weil es dein System hochfährt. Dein neuronales System, dein Nervensystem wird aktiviert, das heißt deine Denkprozesse funktionieren besser und du bist auch offener für Einfälle, was dir einfällt, was dir zufällt. Mit Impuls, Inspiration, du kennst es vielleicht von verschiedenen großen Genies oder auch aus deinem eigenen Leben, dass du vielleicht spazieren gehst und auf einmal hast du eine grandiose Idee. Also ja, Bewegung, Sport auch, aber nicht zu viel, sodass du dann über Tage platt bist. Dann weißt du, du hast zu viel gemacht für deinen Körper. Und dasselbe gilt jetzt auch für den Bereich Schlaf, also du siehst, es geht immer schon in dieselbe Richtung. Zu viel Schlaf, ja, zu viel Schlaf macht dich träge und zu wenig Schlaf. Kennst du eigentlich schon mein neues Buch, Dein Leben zieht mit Herz? Nein? Dann schaust du doch gerne mal an, Link findest du in der Beschreibung, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Erschöpft dich genauso, das heißt auch hier wieder die Balance zu finden und auch das wieder ist sehr individuell. Die eine Person ist perfekt regeneriert nach sechs Stunden, nach sieben Stunden, nach acht Stunden, bei jedem unterschiedlich. Aber das ist schon mal eine Säule, das ist schon mal eine Säule, wo du hier wirklich, wirklich schauen kannst. Ja, so, das ist der falsche, ich will hier so einen dicken, wo du wirklich schauen kannst, ja, ist diese Säule ausbaufähig, ausbaubedürftig oder ist hier schon alles safe? Und das Spannende ist, wenn du hier ein paar Stellschrauben drehst, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann sich massiv in deinem Leben etwas verändern. Lass uns weiterschauen, weil das war gerade mal nur eine Säule und es geht noch weiter. Wir haben ja noch die Säule Geld. Auch hier haben wir einige Punkte, die wir uns anschauen dürfen. Wenn du hier zum Beispiel zu wenig Geld hast und du stellst jetzt gerade vielleicht fest, ja, da ergibt sich ja ein System so langsam raus. Hast du zu wenig Geld und es kennen sehr viele, wie es ist, zu wenig Geld zu haben hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, dann struggelst du die ganze Zeit. Du bist die ganze Zeit im Überlebenskampf, du überlegst, hey, wie komme ich denn an mehr Geld, wie bezahle ich meine Rechnung, wie bezahle ich meine Miete und so weiter. Das heißt, zu wenig Geld haben führt zu Stress, führt zu Frustration und führt zu einem Gedankenkarussell, was uns sehr viel Energie raubt. Andererseits, sonst wirst du vielleicht sagen, ey, warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn, kann auch, kann, nicht muss, kann auch zu viel Geld dazu führen, weil du sagst, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Geld? Jetzt hast du auf einmal Angst, dieses Geld wieder zu verlieren. So, und wenn du in dieses Karussell reinkommst, dann ist es genauso wie, wenn du zu wenig Geld hast, du bist in einem Gedankenkarussell gefangen und stresst dich und deinen Körper unnötig. Nochmal, bei dem Thema zu viel Geld muss das nicht sein, genauso wenig auch bei dem Thema zu wenig Geld. Aber wenn du, stellst dir einfach mal vor, du hast eine richtige Menge an Geld jeden Monat zur Verfügung, vielleicht ist die richtige Menge für dich jeden Monat 5000 Euro. So, jeden Monat kommen 5000 Euro auf dein Konto und dann sagst du, hey, wow, mir geht es gut, das passt, ich kann alles bezahlen, ich kann mir aber noch zusätzlich was leisten, das ist geil. So, das wäre zum Beispiel die goldene Mitte. Wenn du jetzt aber zu viel hast, dann sagst du wieder vielleicht, was mache ich damit, was ist, wenn ich das verliere? Hast du nur 500 Euro im Monat, sagst du. So, wie soll ich davon leben? Also zu wenig, zu viel Geld kann unter Umständen, nicht muss, aber kann unter Umständen zu Stress, zu sehr viel Stress, eher das zu wenig Geld natürlich zu Stress, Frustration im Körper führen. Und das raubt dir natürlich wieder Energie, wie wenn du gelassen bist. So, der nächste Punkt, das Soziale, Soziale in deinem Leben, soziales Umfeld, Menschen, Geschäftspartner, Kunden, Freunde, Freundinnen und so weiter. Negative Menschen führen dazu, dass du ja auch in dieses negative Energiefeld reinkommst und du viel Energie aufwenden musst, um da nicht reinzukommen. Also du musst wieder sehr viel Energie aufwenden, weil die zerren deine Energie. Und ich möchte dir einen Mentarvermittag geben an der Stelle. Für wen ist es leichter, den anderen auf seine Position zu ziehen? Der, der auf dem Tisch steht und versucht, die Menschen hochzuziehen? Oder die, die unten stehen und versuchen, den, der auf dem Tisch steht, runterzuziehen? Und du wirst feststellen, dass die unteren es deutlich leichter haben, den vom Tisch runterzustoßen, runterzuziehen, wie umgekehrt die anderen hochzuziehen. Das heißt, andere mitzutragen, die sich so schwer machen, vielleicht, ich kann nicht und es geht nicht. Die mitzuziehen ist viel anstrengender, wie wenn du in der Leichtigkeit bist und dann kommen die Menschen und ziehen dich mit schwerem Gewicht runter. Genau, dann haben wir die nächste Säule, die machen wir jetzt mal hier. Blau, Karriere, Ziele, genau. Ziele nicht erreicht. Auch hier wieder Thema Umfeld. Hier könnte man wieder das Thema Soziales reinnehmen. Das heißt, wer ist bei dir in der Umgebung? Falsche Aufgaben, falsche Aufgaben ist auch definitiv hier ein großer Punkt. So, was haben wir noch? Falsches Umfeld, falsche Aufgaben, Ziele nicht erreicht. Also das ist dann dieser Moment, wenn du sagst, jetzt zur Arbeit laufen, voll keine Lust. Und dann kannst du da mal reinschauen, hast du vielleicht nicht die richtigen Aufgaben? Das heißt, diese falschen Aufgaben führen dazu, dass du halt nicht motiviert bist. Sind die Menschen vielleicht an der Arbeitsstelle nicht die richtigen? Wo du sagst, auf den Hans habe ich keinen Bock. Oder ist es dieser Druck vielleicht, dass du Ziel erreichen musst, aber du bist nicht der Zielmensch? Also, das kann verschiedene Parameter haben, aber Fakt ist, und das kannst du jetzt für dich überprüfen, dein Beruf sollte eigentlich mit Leichtigkeit gehen. Dass du aufstehst und sagst, wow, ich habe richtig Lust heute auf den Tag. Egal, ob du jetzt festangestellt bist oder ob du selbstständig bist, du solltest Lust darauf haben. Okay, also Beruf, Karriere ist der nächste Punkt. Soll ich spute mich jetzt mal, weil das Video jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten ist. Dann haben wir den Bereich MeTime, die eigene Zeit für sich alleine sozusagen. Hier ist es oft so, dass die Ruhe zu kurz kommt. Oder, dass wir sagen, ja, wir müssen noch das machen, wir müssen noch jenes machen. Wir haben falsche, wir haben falsche Routinen. Wir haben keine Rituale. Ja, Rituale sind früher auch immer wieder so Energietanker gewesen. Wie zum Beispiel, du nimmst dir eine halbe Stunde Zeit, um ein Buch zu lesen und einen Tee zu trinken. Also wirklich, wo du dir diesen Raum nimmst. Ritual nehmen ist wie so ein Raum nehmen, wo nur für dich ist. Während eine Routine, die sind Dinge, die du automatisiert immer wieder machst, die aber oft auch energiefressend sind. Eine Routine sollte eigentlich energiesparend sein. Aber manchmal haben wir Routinen drin, wie zum Beispiel, ich schaue die ganze Zeit auf mein Handy. WhatsApp, habe ich eine neue Nachricht bekommen. Das sind so Routinen, so Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, die aber eigentlich eher dazu führen, dass wir die ganze Zeit unsere Energie reinlenken, was uns aber nicht wieder Energie bringt. Ja, und es geht immer darum zu überlegen, okay, was bringt mir wieder Energie? Was bringt mir Energie? Welche Ernährung bringt mir Energie? Welche Bewegung bringt mir Energie? Wie viel Einkommen muss ich haben, dass ich mich gut fühle? Was auch wieder Energie bringt. Mit welchen Menschen will ich zu tun haben, die mir Energie bringen? Welche Ziele will ich in meinem Leben haben? Oder auch vielleicht gar keine Ziele haben? Ja, wenn du Ziele hast, ist es wichtig, welche du nimmst, wie ich ja gerade gesagt habe. Wenn du gar keine Ziele hast, ist es nur wichtig, dass du überhaupt wählst, dass du überhaupt irgendwas tust. Welche Aufgaben möchte ich machen? Hier Rituale und halt eben diese Ruhe, beziehungsweise Ruhe ist ja schon eigentlich auch so ein bisschen Ritual. Und auch ein ganz wichtiger Punkt hier noch. Du machst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, du machst nicht das, was du eigentlich machen willst. Kennt ihr das, dass du vielleicht sagst, ich würde eigentlich schon gern jetzt da und da hingehen. Oder ich würde gern das und das Land sehen. Oder ich würde gern das und das machen. Aber du machst es nicht, weil dein Verstand dir was anderes sagt. Das kannst du nicht machen. Du hast Verantwortung. Es ist zu teuer. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst ja nicht einfach deine Arbeit, bla 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 bla. Aber genau dann solltest du es machen. Genau wenn dieser Punkt kommt, dann solltest du es tun. Dann hast recht. So, der letzte Punkt, und dann sind wir auch schon durch. Dann habe ich euch so viele Tipps heute rausgehauen. Ist der Punkt Glaube. Und das ist ein richtig spannender Punkt. Thema Glaube, weil jetzt werde ich die eine oder andere Person vielleicht ein bisschen schocken. Glaube kann dir sowohl Energie bringen, als auch nehmen. Und das will ich jetzt mal kurz erklären. Also ein starker Glaube zu etwas, das kann dir absolut richtig viel Energie geben, weil du aufstehst und du hast so eine unsichtbare Macht, die dich antreibt. Gleichzeitig kann es dich aber auch der Glaube, je nachdem wie zum Beispiel bestimmte Religionen, dieser Glaube an diese Religion, an diese, kann auch dein komplettes Sichtfeld einschränken und dir dann auch dementsprechend Energie nehmen, wenn der Glaube zu eingeschränkt ist und zu starr. Also ein Glaube sollte immer etwas sein, was dich pusht, was dir Kraft gibt, was dir Energie gibt und nicht etwas, was das Außen einschränkt und sagt, so muss das sein, das müssen Konstrukte sein. Weil dann reden wir nicht von Glaube und von Religion, dann reden wir von Ideologien. Und das ist das, was halt ganz oft verwechselt wird. Deswegen, ich habe einen starken Glauben, aber ich bin in keiner Ideologie drin, wie zum Beispiel Christentum oder Islam oder was auch immer. Das ist vielmehr eine Ideologie, wo eine Idee verfolgt wird, ja eine Idee, so muss es sein, so hat es zu sein, das muss der Ablauf sein und dann bist du gläubig. Aber das ist ein eingeschränkter Glaube, weil Glaube ist immer universell und frei und nicht eingeschränkt durch irgendwelche Menschen, die irgendwas erfunden haben. Das ist ganz wichtig. Sonst möchte ich dir zwei Fragen mitgeben, zu guter Letzt in diesem YouTube Video. Welche Säule musst du in Zukunft mehr stärken oder mehr dich darauf aufmerksamer sein? Welche Säule ist das? Und was machst du jeden Tag dafür? Was hast du vor, jetzt ab sofort jeden Tag für... So, ich switche gerade mal, ihr habt das gerade die ganze Zeit gar nicht gesehen. Ich switche gerade mal wieder zurück, dass ihr auch seht, was ich hier gezeichnet habe. Ich lasse das Bild mal noch ein bisschen stehen, ihr könnt gerne einen Screenshot machen. Ja, all das, was ich gesagt habe, hier nochmal in Kurzform. Das heißt, welche Säule darf mehr Aufmerksamkeit bekommen? Also, zum Beispiel ist es bei mir gerade so, dass ich gerade momentan den Fokus sehr stark auf die Gesundheitssäule lege. Also, am Tag der Aufnahme, das heißt viel auch wieder Sport mache, Energie hole über Bewegung. Dann mit dem Thema Geld beschäftige ich mich gerade sehr viel, Thema Investitionen. Das Soziale läuft bei mir, die Säule passt, die Karriere, das passt auch. Die Me-Time, das ist ja, das ist so etwas, da will ich auch in Zukunft ein bisschen wieder mehr den Fokus drauf legen. Glaube passt auch. Also, so drei Säulen sind super und drei Säulen, sage ich, da könnte ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinlegen. Ich würde behaupten, die Me-Time und Gesundheit würde ich fast schon zusammen nehmen, weil die sehr zusammenhängend sind. Und dann noch Thema Geld. Also eigentlich, ja, eigentlich bin ich so, ja, bei so zwei bis drei Säulen, wenn man so möchte. So, und das kann sich ändern. Das kann sich täglich, das kann sich wöchentlich oder auch monatlich ändern. Ja, und von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen. Was mich mega interessieren würde, schreib doch mal in die Kommentare, welche der Säule du jetzt in Zukunft ein bisschen mehr fokussiert angehen willst, welche dich mehr interessiert und wo du gerne den Fokus mehr legen möchtest. Ich freue mich, von dir zu lesen. Mega schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich würde gerne mich mit dir connecten. Lass uns im Kontakt bleiben. Abonnier den Kanal. Schau dir die nächsten Videos an, wenn du Lust hast. Und check auch gerne mal die anderen Kanäle ab. Ich freue mich auf dich, dein Jonas. Bis zum nächsten Mal.